Hi Leute, es ist Zeit, deine Buchungsprozesse zu optimieren. Wie ihr wisst oder wenn du neu hier bist, wie du vielleicht noch nicht weißt, ich benutze Wix Bookings bereits seit den Anfängen für meine Buchungen, bin super zufrieden und manchmal habe ich ein paar Dinge vermisst. Es gibt wieder Neuerungen in Wix Bookings und in diesem Tutorial zeige ich dir, was es Neues bei Wix Bookings gibt. Los geht's! Die erste Neuerung in Wix Bookings findest du ganz unten unter Erweiterte Einstellungen. In der Regel ist dieses Feld eingeklappt, dann klickst du einfach drauf. Hier kannst du, früher konntest du hier nur bestimmen das Buchungsformular, ob es das Standard oder ein individuelles Buchungsformular wäre, also ein individuelles Buchungsformular für diese Dienstleistung. Nun findest du speziell für Online-Buchungseinstellungen, aber auch die Möglichkeit, dass bei Verfügbarkeit automatische Bestätigung erfolgt. Man hat nun auch die Möglichkeit, dass man diese automatische Bestätigung rausnimmt und manuell bestätigt auf oder ablehnen klickt. Das heißt, wenn ich das hier ausblenden würde, dann würde das bedeuten, dass jede Terminverfügbarkeit erst mal von mir bestätigt werden muss. Wann macht sowas Sinn? Das macht Sinn, wenn man gleichzeitig Offline- und Online-Termine buchen kann, damit es zu keinen Doppelbuchungen kommt, während du mit deinen Kunden vor Ort vielleicht den Termin besprichst. Die zweite wirklich aufregende Neuerung in Wix Bookings findest du, die ist ein bisschen versteckt unter Einstellungen, Buchungseinstellungen und zwar im Bereich Kunden-Checkout. Bis dahin war da immer eigentlich nur das Buchungsformular. Das ist das, was wir in der ersten Neuerung gesehen haben, das Standardbuchungsformular und nun versteckt sich hier etwas, was sich Warenkorb-Checkout nennt. Das kannst du aktivieren. Das ist per Default auf inaktiv. Und was hat das Ganze zufolge? Das hat zufolge, dass man in der Webseite mehr als nur eine Dienstleistung hinzufügen kann. Das bedeutet, der Kunde wählt eine Dienstleistung aus, fügt diese Dienstleistung in den Warenkorb ein, kann dann weitere Sessions hinzufügen, zum Beispiel, muss das Ganze ebenfalls eintragen, kann sogar zusätzlich irgendwelche digitalen Produkte oder aber auch physische Produkte zu dem Warenkorb hinzufügen und alles zusammen bezahlen. Das ist schon großartig. Früher musste man nämlich, um mehrere Dienstleistungen zusammenzufassen, sogenannte Pakete anbieten und so können sich die Kunden das ganz alleine dann aussuchen. Wenn du dich für die Warenkorb-Variante in deinen Wix Bookings entscheidest, dann hast du selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Warenkorb-Seite zu designen. Wie du siehst, wenn man in dem Editor nur auf Warenkorb und Bestätigung klickt, dann ist das Ganze hier leer. Du kannst oberhalb oder unterhalb des Widgets ganz normal Text hinzufügen. Da ich nicht wirklich sicher bin, ob meine Kunden mit den Online-Buchungen das Konzept im Warenkorb verstehen, werde ich jetzt zukünftig hier oberhalb von dem Warenkorb noch einen Text hinzufügen, der heißt, dass nun die Möglichkeit besteht, mehrere Dienstleistungen gleichzeitig zu erwerben. Das sieht dann so aus. So, dann schreibe ich sowas wie, es freut mich, dir mitteilen zu können, dass du ab sofort die Möglichkeit hast, mehr als nur eine Dienstleistung auf einmal zu kaufen. Dafür solltest du lediglich die gewünschte Dienstleistung in den Warenkorb legen und weitere Dienstleistungen hinzubuchen. Warum ich das schreibe und warum ich das in die Warenkorb, aber auch in die Service-Seite einfügen werde, damit manche Kunden, die zum ersten Mal buchen, das Konzept verstehen. Das heißt, ich werde den gleichen Text einmal kopieren und gehe hinzu auf die neuen Buchungsseiten. Hier sind auch noch mal neue Buchungsseiten hinzugekommen, die du bearbeiten kannst und werde das Ganze in dem Buchungsformular-Page hinzufügen. Jetzt muss ich mich bloß noch entscheiden, wohin. Und da ich unten drunter, dass es da nichts bringt, werde ich das genauso hier oben drüber einfügen, so, dass die Kunden wissen, vielleicht noch mal, was ich vielleicht noch mal hervorheben mache, so, dass die wissen, wenn sie hier in den Warenkorb reinlegen, dass sie weitere Dienstleistungen noch hinzufügen können. Ansonsten können sie sofort buchen. Das wäre vielleicht auch noch mal interessant, dass ich dazu schreibe, so, dass ich sage, ist es nicht erforderlich, klicke bitte auf sofort buchen. So hat man die Möglichkeit, den Kunden ein klein wenig an die Hand zu nehmen, damit er weiß, was er zu tun hat. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch, subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, Let's Wixit, deine Petra.